Ja, ich werde heute Mittag, ab 13 Uhr soll das losgehen mit der Impfung und dann werde ich dann da sein. Die meisten Leute, die hier wohnen, sind nicht so sehr gesund, weil sie natürlich auch ein hartes Leben gehabt haben mit Erfahrung von Obdachlosigkeit, von extremster Armut, von Suchtmittelabhängigkeit. Ich finde das eigentlich eine gute Sache, weil ich das jetzt wahrscheinlich nicht so eigenständig auf die Kette gekriegt hätte. Einmal impfen, alles vom Tisch, sag ich mal so. Aber ich bin noch nicht zufrieden. Ich finde schon, dass das gut läuft. Hat am Anfang ein bisschen lange gedauert, ist typisch deutsch. Die brauchen immer länger, bis sie mal loslegen. Aber doch, jetzt geht doch!